So Leute, willkommen zu einem neuen Optimum von Kirby Superstar Revenge of Metternight. Ein paar sind hier auf diesem epischen Schlachtschiff stehen geblieben und mal gucken, was uns jetzt noch so erwarten wird. Ja, Metternight hat sein gesamtes Personal auf uns losgehetzt. Mal sehen, was er uns denn so gegenbringt. Auf jeden Fall geht's gerade schon ganz schön ab. Oh, das war der Gemini Laser. Das sieht sehr nach einem Warp-Stern aus. Ja, das ist ein Warp-Stern. Was haben wir jetzt? Hm, neue Ebene. Oh, ich muss den Bomben machen. Äh, ja, wie soll das gehen? Hm. Gut, aber wir kriegen Continue. Ist schon mal gut. Ah, so geht das. Oh, dich will ich, du bist... Ja, wir haben die Bomben. Das ist wie Ceronimo schon sagte, wenn Kirby mal die Bomben macht, dann ist er quasi fast nicht mehr zu schlagen. Hm. Ist das Maschinen oder was ist das? Sieht aus wie Maschinen oder so. Ich gehe mit dem Problem. Ich gehe mit dem Problem. Ich gehe mit dem Problem. Ich stehe mit dem Problem. Ich gehe mit dem Problem. Kann das nicht mehr auf... Ist das mal auf? Boss Fight! Ach, du schon wieder! Ja, genau so muss es gehen! Es kommt jetzt! Ich bin ein Zeug. Bop, du bist es! Ich bin ein Zeug. 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 Wo muss ich jetzt sehen? Ah, da! Kirby is moving into the dark, what I'm trying to do. Is he last? Wait, I have an idea. Ah, es gibt schon eine epische Sache da. Richtig schöne Stage. Gut, sind wir scheinbar jetzt im Inneren des Schiffs oder so. Gefällt mir richtig gut. Was ich hier so alles sehe. Was kommt jetzt? Ist er okay, Sir? Christ, long chance. Don't fail. Was? Was kommt da? Ach, das Ding. Gut, ich muss scheinbar fliehen oder so. Kann ich mal jetzt treffen? Nein, anscheinend nicht. Gut, ich muss fliehen. Das möglichst schnell. Okay, ich muss nach oben. Verstehe. Nehmen wir mal eine Schwert. Nein, ich habe gesagt, der Schwert. So, auf geht's. So, Link Kirby, mach deine Arbeit. Bitte. Tu deinen Job. Kann ich nicht schon Schaden zu finden? Nee. Ich kann ihn scheinbar jetzt noch nicht treffen. Nee, ich kann ihn noch nicht treffen. Und schnell. Nach oben. Bevor die Zeit abläuft. Bevor die Zeit abläuft. Oh, ich weiß. Ich muss den anderen schenken. Ah, ich habe seine Taktik raus. Ich habe seine Taktik raus. Na, ich nehme das Schwert. Ich muss jetzt möglichst keine Zeit verlieren hier unten. Ich bin wirklich schnell durch. Mit dem Link Kirby. Jetzt nach oben fliegen. Und hier findet ihr Zlapperskampfen. Oh ja, genau. Bin geflogen. Shit. Nein, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war... Okay, jetzt Konzentration. Den schaffen wir. Ich muss wenig zum Entfangen. Ich würde einfach wenig treffen lassen. Nein! Oh, hey, drömen wir doch nicht rein, Kirby. Oh, jetzt spuckt auch noch Feuer. Nein! Oh, zu weit vorgewagt. Nein! Oh! Oh! Damn! I was busy. Hey, jump to the right wing. Don't buy him. We can't bounce. Okay, he's inside going under the ship. Anscheinend das Innere des Schiffs jetzt. Okay, verstehe. Das Schwert haben wir noch. Ach, das sind die Dinger, die ich bei ihm. Donkey Kong Kong, die ich schon gesehen habe. Ich kann mir endlich noch anders sein. Oh, das ist ein Bound-Dime-Schiff. Okay. Let's try that fight. It's going on to clay. Okay. Ja, weg! Blugos. Wie es scheint, machen wir schon immer mehr vom Schiff kaputt, Stück für Stück Ah, das war zu langsam Hm, okay, hier ist ein bisschen Timer gepfragt Gut Jetzt Ah, Mist Dass die auch so schnell umgehen, ah Mensch Und Kabi Hm 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 Engpuh Nein! Oh, Mensch! Dahin soll's loben. Wie soll das jetzt funktionieren? Hm, da drüben auf jeden Fall. Ah, ich hasse das. Wie mach ich das denn jetzt? Was ist das für eine doofe Stelle? Was ist das für eine doofe Stelle? Mann, scheiß Steuerung! Nein, nicht nach ober, nach unten! Toll, das bringt ja jetzt auch sehr viel. Ah, ich weiß ja grad echt nicht, wie's weitergeht. Ah, ich weiß ja grad echt nicht, wie's weitergeht. Ich komm einfach nicht drauf. Hm, Leute, ich mach hier einen Cut. Ich weiß echt nicht grad weiter, wie ich das machen soll. Äh, bis zum nächsten Mal von Kirby Superstar. Soll ich ganz weit ein bisschen kurz war der Part, aber ich komm grad nicht weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.